So ihr Lieben, dieser Trick ist nur für die Größeren unter euch, die das mit Mama und Papa zusammen machen. Oder am besten für die Horties, weil es ein bisschen mit Feuer zu tun hat. Okay, ich habe jetzt eine Schachtel Streichhölzer. Wir haben schon ein paar, die gebraucht sind und ein paar, die halt noch neu sind. Könnt ihr ja sehen. Ich nehme jetzt mal so ein gebrauchtes raus und wie jeder weiß, kann man das nicht noch mal anmachen, wenn man das hier dran streicht. Weil das nun mal schon an war und wieder ausgepustet ist. Ihr könnt auch sehen, das ist schon schön schwarz angekokelt. Aber da ich meinen Zauberhut dabei habe, habe ich heute auch irgendwie magische Kräfte bekommen. Deswegen schaffe ich jetzt dieses Streichholz, obwohl es schon an war, trotzdem noch einmal zu entzünden. Okay? Aufgepasst? Okay. Lass uns mal gucken. Was? Alter! Krass! Okay. Genau.